Ja, und in unserem Bonjour begrüße ich Gregor Mainz von der Rheinischen Post. Herr Mainz, helfen Sie uns einzuordnen, was da passiert ist in Baden-Württemberg. Ist das der Anfang vom Ende der AfD? Ja, das ist zumindest der Anfang eines etwas schwierigen Prozesses. Wir haben jetzt zwei Fraktionen, die beide den Anspruch erheben, für die AfD im Landtag zu sitzen. Das ist also parlamentsrechtlich schon mal sehr interessant. Und es ist zumindest der Anfang vom offenen Machtkampf zwischen den beiden Bundesvorsitzenden. Es geht darum, klarzumachen, wer Spitzenkandidat für die Bundestagswahl wird. Und da ist das ein Stellvertreterkrieg. Aber dieser Stellvertreterkrieg hat es natürlich in sich. Denn es ist keine Kleinigkeit, wie diese Partei mit Antisemitismus umgeht. Stellvertreterkrieg heißt Petri gegen Meuthen. Meuthen war ja der Fraktionsvorsitzende in Stuttgart. Für was stehen die beiden? Sie stehen erst mal für sich selbst. Es wäre ja sehr schön für uns Journalisten, wenn wir einsortieren können. Die eine ist mehr im liberalen Lager, der andere ist mehr radikaler. Aber so ist es ja gar nicht. Sie haben beide Kontakte zu Rechtsauslegern ihrer Partei. Sie haben beide Betonungen, die Partei zusammenzuhalten. Also es geht da nicht um eine Richtungsentscheidung. Es ist wirklich eine Personalquerele darum, wer die Partei führen soll, wer in welchem Lager ist. Die Lager haben sich formiert. Es spricht ja sehr viel für sich, dass der Bundesvorstand sich gestern hinter Meuthen gestellt hat. Bei anderen Parteien heißt das, natürlich ist dann auch die Vorsitzende dabei, wenn sich der Vorsitzende dahinter stellt. In der AfD ist alles etwas anders. Die Vorsitzende hat selbst an dieser Abstimmung nicht teilgenommen. Die war schon auf dem Weg nach Stuttgart und hat das genaue Gegenteil gemacht. Ja, das wird uns sicherlich noch lange beschäftigen. Heute kommt der Haushalt ins Kabinett. Ein weiteres großes Thema. Schäuble will mit aller Macht die schwarze Null halten. Ist das der richtige Weg? Ja, natürlich. Es gibt doch überhaupt nichts anderes, um einen Haushalt, einen Staat so zu führen, dass die nächste Generation nicht über Gebühr belastet wird. Und wenn es uns in diesen Zeiten mit Dutzenden zusätzlichen an Steuermilliarden Einnahmen für den Staat nicht gelingt, mit dem Geld auszukommen, wann denn dann? Jetzt muss man aber sagen, die SPD geht in eine andere Richtung. Mehr Sozialausgaben, vor allem in Europa, hat Sigmar Gabriel gefordert. Ist das nicht auch eine legitime Forderung angesichts dessen, was uns da gerade mit dem Brexit ereilt hat? Ja, natürlich. Das war ja auch zu erwarten. Und deswegen sieht man ja Wolfgang Schäuble auch in einem Massenabwurf von Interviews und Stellungnahmen und Interventionen tätig, sich gegen diese Welle zu stemmen, die jetzt natürlicherweise versucht, aus dem Brexit Kapital zu schlagen und dann irgendwelche steuerfinanzierten Strohfeuerchen anzuzünden, an denen sich man ideologisch sehr schön die Hände wärmen kann, aber die letztlich am Zustand von kränkelnden Volkswirtschaften nichts ändern. Und deswegen haben wir jetzt auch die Auseinandersetzung mit dem Bundeshaushalt. Wir sollten vielleicht noch daran denken, dass die Eckpunkte im März zustande gekommen sind, nachdem es schon mal eine ähnliche Debatte gegeben hat und die SPD tatsächlich mehrere Milliarden hineingebracht hat. Da ist Schäuble ihnen auch entgegengekommen, um die soziale Lage in Deutschland zu verbessern. Diese leichte Veränderung von Gabriel, dieses Richtung Sozialausgaben, das, wenn ich es mal so nennen darf, ein bisschen Rücken nach links, scheint ja schon gefurchtet zu haben. Die ersten Umfragen sagen zwei Prozent mehr für die SPD. Glauben Sie, dass das jetzt ein Weg ist, den er weiter einschlagen wird? Es scheint ja schon, als ob der Wahlkampf da begonnen hat. Natürlich hat der Wahlkampf begonnen. Und Sigmar Gabriel hat sich ja entschlossen, als Wirtschaftsminister ganz klar Wirtschaftskompetenz zu zeigen und in die Mitte dieser Gesellschaft hineinwirken zu wollen. Aber natürlich funktioniert das nur, wie wir beim letzten großen Wahlerfolg der SPD gesehen haben, wenn man sowohl das Soziale als auch die Mitteorientierung betont. Und da hat er noch ein bisschen Nachholbedarf und damit ist er jetzt unterwegs. Kommen wir zum großen Thema Brexit. Frau Merkel ist ja sozusagen ein bisschen abgetaucht, merkwürdig still. Sie haben es gesagt, Herr Schäuble hat sich ja viel geäußert zum Thema EU-Reform. Wie ist denn da Ihre Taktik jetzt zu erklären? Sie ist damit zu erklären, dass die Handelnden nun eindeutig die Briten sind. Merkel kann jeden Tag ein neues Konzept machen, aber sie weiß ja im Moment nicht mal, mit wem sie es besprechen soll. Da müssen jetzt die Tories erst mal klären, wer für sie nach vorne geht, wer den Hut auf hat. Der Prozess ist da, sehr spannend inszeniert von den Tories. Sieht jetzt alles danach aus, als würde es auf Theresa May hinauslaufen. Dann hätte Merkel eine Ansprechpartnerin. Und dann müssen auch die erst noch klären, wie jetzt die nächsten Schritte sind. Und ich kann mir vorstellen, zum nächsten informellen Gipfel der EU im September wird auch Merkel wieder auf der Bildfläche sehr intensiv zu sehen sein. Aber müsste Sie gerade nicht jetzt als große Führungsfigur in der EU vortreten, sagen, wie Ihre Reformideen sind, angesichts dieser Situation, die wir jetzt da in Europa haben? Ja, darum geht es ja gerade, dass wir jetzt nicht genau uns festlegen können, in welche Richtung diese Reform gehen soll. Und da müssen Sie sich erst mal ein paar Positionen klären. Es kann ja nicht sein, dass wir jetzt eine riesige Reform anstoßen, die erfahrungsgemäß in der EU Jahre, wenn nicht ein Jahrzehnt dauert, um zu neuen Vertragsverhältnissen zu kommen, zu radikalen Umbauten, die Kommission zu einer EU-Regierung auszubauen. Und das sind alles Vorschläge, die aber nicht helfen, um die Situation jetzt in den Griff zu bekommen. Und da ist natürlich Merkel gefragt, zu zeigen, dass die EU handlungsfähig ist. Die Flüchtlingspolitik wäre ein ideales Feld, um zu zeigen, dass die EU durch Zusammenstehen der Mitgliedsländer einiges auf die Beine stellen kann. Da hat es in der Vergangenheit ja diesen schlimmen Webfehler auf verschiedenen Feldern der EU gegeben, dass man eine Integration beschlossen hat, ohne die Konsequenzen zu bedenken, beispielsweise die Binnenfreiheit, die inneren Grenzen aufzugeben, ohne die äußeren Grenzen gesichert zu haben. Das alles muss jetzt nachgeholt werden und das sind viele Arbeiten im Detail. Und wenn Merkel dort mehr oder weniger öffentlich wirksam vorankommt, dann bringt das unterm Strich sicherlich mehr. Gregor Mainz war das von der Rheinischen Post. Ganz herzlichen Dank nach Berlin. Gerne.